Ich stehe hier mit David Rahier. David Rahier, DB der Cologne Crocodiles. Seit 2008 im Herrenbereich der Crocodiles. Sehr erfolgreiche Spieler, sämtliche Aufstiege mitgemacht und angekommen in der ersten Bundesliga. David, deine Erwartungen für nächstes Jahr? Ja, meine Erwartungen sind hoch für nächstes Jahr, die Saison. Wir haben ein gutes Team, ein junges Team vor allen Dingen. Wir müssen uns natürlich etablieren und mit dem neuen Speed, die neue Härte. Aber ich denke, wir können auf jeden Fall ein paar Teams ärgern, wenn wir richtig Gas geben. Das heißt, Ende Saison, wo stehen wir da? Playoffs. Und dann? Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Alles klar, vielen Dank.